Ich habe einen, einen Schneck für eine Zunge. Du bist so schlecht an das. Würdest du lieber einen Schneck für eine Tauke haben? Schade. Oder einen Lobsterklauch für die Hand? Hallo. Junge, ich lebe gerade auf. Kannst du mich mal rauswischen? Oder so. Und wie genau du denkst, du es schwerer zu denken? Das ist ein guter Punkt. Ich denke an das. Nathar? Das ist nicht richtig, Herr. Du hast die Regeln um mich zu stellen. Okay, ja. Wie geht's? Nun, egal. Ich sollte wahrscheinlich dich mit stupenden Hypothetiken stoppen. Oh, komm mal. Du wärst viel weniger Spaß. Du hast heute schon viel Spaß gemacht. Du fühlst dich besser? Ich denke, ich bin. Du siehst sicher besser. Aber ich muss sagen, dass alles gut ist. Das kam falsch aus. Ich meine... Ich meine... Du war... Du war... Du war... Ich weiß... Ich weiß... Du bist nicht perfekt, Herr Lobsterhans. Vielleicht sollte ich einen Moment ein bisschen auf die Verlusten. Verstehen, wie du es möchtest. Ich? Ich bin nicht perfekt? Das stimmt. Und du bist älter als Dirt. Du bist gut, Leland. Du kannst du das Problem haben. Ich meine, dass wir dich haben. Nachdem wir dich gefunden haben, du warst immer so auf die Dinge. Ich habe nie gedacht, dass du es geschafft hast. Du bist noch aus den Wald, ich weiß, aber du bist ein langer Weg, Bonnie. Ich bin stolz von dir. Du bist ein guter Freund, Leland. Ich weiß. Okay. Du bist nicht so großartig. Schau. Du weißt, ich bin kein Weg. Du weißt, ich bin kein Weg, oder? Wie lange wir zusammen sind, ich bin da für dich. Du musst dich überraschieren. Du weißt das, oder? Was sagst du? Bonnie, ich... Leland? Bonnie? Dee! Hey, honey. Oh, hi. Ich habe etwas gefunden. Was sagst du? Wie sind wir beide? Ich habe das zu beruflich. Wie bist du? Ich habe das zu beruflich. 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 Was sagst du? Ach, der Wind. Ähm, ich hab vorher nur mit halben Uhr aufpasst. Hat er gesagt, dass der verheirat ist? Hey, Dee, wenn wir zurück in der Kampen, würde ich mir ein bisschen von der Kampen verwenden? Sure, hon. Du möchtest diese Farbe? Es ist meine Lieblung. Und nach heute, ich könnte eine neue Kampen benutzen, you know? Same hier. Ich fühle mich wie ein Dramat mit diesen Kampen. Nicht zu überprüfen die Mädchen hier, aber, uh, Dee, das ist schlecht. Look, ich habe es nach der Straße ein bisschen, okay? Where, nach der Straße? Some place off that-a-way. Dammit, Dee, du musst uns mehr geben als das. Was jemand da? Ich glaube nicht. Du denkst nicht, oder du wissen nicht? Nein. Das bedeutet das gleiche, Leland. Just sag uns, Baby. Du hast doch ganz auf mich aufhören. Honey, das ist nicht wahr. Tell mir mal eine Woche du mit mir in der letzten Woche, in der letzten Woche. Alright. Ich kann nicht nur noch einen, aber ich weiß, dass ich habe. False. Das ist wie alle unsere Fälle gehen. Every time. Jetzt sind wir hier in der Kampen, in der Kampen, und für was? Nichts, du willst nach der Kampen, bevor es die Nacht? Ich bin derjenige, der stopped. Aber du bist derjenige, der macht mich stopt. Irregardless, wir können einfach so einfach carry on wie das, als wir gehen können. Oh, ich habe gerade mit dieser Attitüte. Attitüte? Und jetzt sind wir in dieser goddamn Reine. Oh, jetzt sind wir in der Kampen, in der Kampen, in der Kampen. Wir können das auskennen. Oh, Lord, gib mir Kraft. Wir werden das auskennen. Wir werden, richtig? Wir können das auskennen. Wir können das auskennen. Wir müssen einfach mal etwas anderes. Oh, jetzt sind Sie mit mir geeignet? Bonnie, darling, ich bin sorry, wir... Darling? D, komm mal. Ich bin sicher. Ich weiß, was ihr bread ist buttered on. Ihr, auch. D, jetzt ist nicht das Zeit. Whatever Probleme wir haben, wir haben später. Es ist immer später. Ich habe nicht in die Mitte. Es ist zu schlecht. Ihr seid schon. Ich bin sorry. Ich möchte einfach mal ein paar Mal, wo ich verändern kann. Und dann, wenn du und deine Freundin... Oh, shit. Oh, nein. Oh, Gott, komm, wir müssen gehen. Was sagst du? Oh, shit. Stopp, so schnell. Ich bin hier zurückgefallen. Au. Komm schon, Junge. Steh auf. Oder geh in die Büsche oder irgendwas. Ah. Super. Sehr gut. Mann, Mann. Oh. Nein, geh weg. Sehr gut. Die war nicht lange ohnmächtig. Ach! Steh auf und lauf, Mann! Zeit lang, romm! Aus wie hier! Wieviele sind sie da? Die! Nein, 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 nein. Oh, da bin ich in die falsche Richtung. Hab reflexartig ne Taste getrunkt. Ja, komm. Oh, scheiße. Ich sehe nichts hier! Wo ist die Hölle? Wo sind Sie? Ich denke, ich sehe ihn! Hier! Wo sind sie denn? Was? Nein! Ich sehe nichts hier! Das sind doch die anderen! Das sind doch die, warum weißt du schon? Mama, schau mich an! Was? Okay, Barney, bleib ruhig! Find eine Wege! Oh Gott! 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 Ich bin wirklich Leigh-Anne. Sie lief dich, Bonnie. Entschuldigung. Ich geh das zu dir, Darlene. Ich lasse dich hier. Leigh-Anne, du musst sie gehen lassen. Ich glaube, ich habe etwas hier gesehen. Sie waren von diesem Weg! Was machst du denn? Wenn sie sterben für dieses Ding, dann bin ich sicher nicht hinterlassen. Oh, mein Gott.